Herzlich Willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Folge von MeinFilm, Windows Live Movie Maker. Ja, Teil 2. Wir haben die Bilder eingefügt und die Fotos schon bearbeitet, weil violette Effekte und was wir noch machen müssen, die Animationen, da fehlt das Einzige, was noch fehlt. Ja, dann fangen wir gleich schon mal an. So, ja, nächstes Video. Ähm, ich mach mal kurz rausschauen. So, jetzt hört man mich, oder? Da. Ah, hier. So, was ihr je über den Lautsprecher hört, das höre ich über Kopfhörer, ja, und da muss ich jetzt mal vor, so, ich mach das jetzt einfach mal, und es geht einfach weiter, ja, ja, nie, 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 ay, nh poder raten zu essen, ja, nö, Mache ich das mal. Mache ich das. Das passt wieder nicht. Ja, das könnte passen. Oh, ein roter Himmel. Ja, das habe ich in meinem Kurs nicht aufgepasst. Jo, ja. Ihr fragt euch bestimmt, was ist eigentlich Windows Live Movie Maker. Das ist ein Programm, wo man Fotos und Filme bearbeiten kann. Es gibt noch tausend andere Sachen, was man bearbeiten kann. Ja. Oh, wir sind eine Zeit von einer Minute und 30 Sekunden. Oh. Oh. Hm. Ja, manchmal gibt er schnell die Entscheidung. Und manchmal auch diese irgendwie langsam. Ja, ähm, das sind hier nochmal so Sondereffekte, die man auch reintun kann. Muss man nicht. Du machst das einfach. Dann macht der Film dann manchmal noch ein bisschen spannender. Ja. Ja. Ähm. So. Ja. Ähm. 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 Ja, ihr seht schon, ich habe ein gutes Auge darauf. Und ich weiß auch, da könnte man das mal benutzen. Ja. Ja. Und Ende ist das. Ja. Ähm. Ja, ich schaue das mir immer noch einmal an. Dann drückt ihr einfach auf die Lehrkarte. So. Und los. Herzlich willkommen zu meinen Videos. Und viel Spaß beim Anschauen. Ich schau den. 15. Uh. Amen. 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 Abspannend gemacht. Benjamin. Ja. Dann bin ich wieder. Ne. Was man auch immer machen kann. Autofilm. Und. Ja. Möchten Sie mit Autofilm schnell und einfach Film erstellen. Damit Sie auch einfach und schnell weiter einen Film erstellen können. Weder von Autofilm automatisch ein Titel der Abschau. Und über den und überlegenswürgen Elemente hinzufügt. Ihre Fotos werden außerdem Schwenk und Zoom Effekte hinzufügt. Und Ihr Projekt wird an einen oder mehrere Sonnen angepasst. Ja. Möchte ich? So. Autofilm wurde ausgeführt. Sie müssen weitere Änderungen vornehmen. Um. In Ihren Film besonders. Aszente zu sein. Oder in Ihr Freileben schließen. So. Jetzt haben wir insgesamt 3 Minuten und 46. Weil das alles mit den Autofilmen passiert ist. Und weil das Lied so lange dauert. Ja. Ich lache erstmal starten. Herzlich willkommen zu meinem Video. Und viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte das mal schauen schauen. nochmal. Ja. Die Kaste. Ja, wenn man soweit alles ist, dann tue ich erstmal Anna aus YouTube, wird das Video auch kommen, natürlich. Ja, ähm, muss ich das erstmal exportieren oder was, keine Ahnung, ja. Oh, ich merke mal ein Koffen, krass. Ja, ähm, ups, so, ich bin jetzt kurz bei YouTube drin und will man schauen, was man denn braucht. Ja, ähm, ich mache auch mal einen Film von YouTube, was echt überhaupt ist. Ja, ähm... ja 2 abonnenten dann werde ich den Film hier mal ja 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 5% abgeschlossen. Bei mir ist das so, na, wenn das nicht über 10% in der Seite, dann geht es schon von 10% auf 98% sofort. Das ist einfach, kommt einfach darauf an, welche, wie lange man die Videos macht, so lange dauert es auch natürlich, ja, ist ja logisch, gut, mein Fehler, ich habe die Kamer an den bisschen in Auge sind da gehen gekommen, ja, 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 äh. Ja, äh. 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 Äh, Äh, Äh. Äh. ja das ist der hier oder? 11% das tue ich eher hoch lang wenn der hier auch fertig ist ja das man schon mal nicht weiß, so das muss dann 13% vertreten so leute wir sind bei der halbzeit gerade angekommen ja woanders ein die Stadt hat sich um mich zusammen gezogen das habe ich träge die Tage gezählt du kannst nichts dafür, dass ich mir fehlte ich hab den schnellsten Zug nach morgen gesellt ich hab doch alles, was dann viel erledigt die Kastin wird zittert die Kühlschrank gedeckt den Müll rausgepackt und die Tastik und ich werd zurückgeschossen und nichts mehr gehört ich wenn du mich brauchst wirst du mich finden wenn du mich brauchst weißt du wo ich bin ein stärker Glück ich wünsch mir sein ist doch alles alles so schlimm hier am Wasser in der Zeit in der Luftkalk und ein die Wellen sind dunkel und weiss am Horizont entschüttelt das Glein ich hab feile hübscht auf die Zeit nur denk die Welt wird sich nicht So, ähm, wir sind schon bei 99 anbekommen, ja, im Hintergrund läuft Michael auf der Heide, ja, 100% Film wird gespeichert, jo, und fertig, ja. Hm, gleich, gleich, so, und öffnen, so, ähm, jetzt lade ich dieses Video auch mal hoch, ja. In die Reihe, Info macht nun ein Stecker wird eingestellt, ja, ähm, ja, ähm, da heißt ich nicht Infobox, sondern, ähm, Oh, du, 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 du Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt die Minuten los. So. Wir schauen uns mal das Video in der Öffnung. Wieder da wäre. Und diese Musik ist mal leise. So. Windows Live Media Maker ist schon fast fertig. Nächster Schritt. Keine Ahnung. Was ich jetzt. Wow. 31% von hochgenommen. Wow. Hallo. Hm. 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 So. So. Ich schaue jetzt leider. Der 5. Termin jetzt genau sagt. 88 Prozent. Da war es echt ein Monument. Und der Ink hat 95 Prozent verarbeitet. Ja, was ich bei Windows 10 ein bisschen blöd finde. Jetzt dauert es echt so lange zum Laden. Das man sich hier nicht anschauen kann. Ich muss das immer erst machen. Öffnen mit Windows Medien Player oder auch VLC Media Player. Das ist beides sehr gut. Für die anderen Dächer geht es bei mir nicht. Ja, der hier ist auch nicht gut. Das haben wir gemacht. Das brauchen wir auch nicht. Und ich gehe auf Windows Medien Player. Ja. Ähm. Wenn da jetzt in den nächsten zwei Sekunden was kommen sollte. Eigentlich ja. Ah. Da kommt was. Hier. Ähm. Ahem. So. Hilfe. Böp. Nun. Bäh. Wir machen muy mal. Wenn ich den Eklug finde, sind das nicht richtig zwei Filme auf einmal? Kann eigentlich nicht sein. Verarbeitung abgeschlossen? Und das sind dann nicht die Bilder, die ist immer. Ja, na gut. Kann YouTube? Ist das nicht so cool? Hmmmm Hmmmm So, ah, ah, hey, hey, hey Ich kann das jetzt leider nicht, nie stoppen. Ah, au, 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 au. Das waren eben gerade meine Ohren. Na, versuche ich es leider nicht. Vielleicht nochmal. Film YouTube. Hmmmm Vielleicht da ein anderer Film. Hmmmm Hmmmm Ja, ja, ja. Ja, 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 ah Hier ist auch was Ja, um... Was ist das denn? Keine Ahnung, was das eh gerade war. Ah, yeah. So, einmal... Hallo, hallo. Ehm, meh, 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 meh. So, Momenten. Es geht in 5, 4, 3, 2, 1, go. Herzlich willkommen zu meinem Video und viel Spaß beim Schauen. So, ich bin ganz sicher. Ja, ähm, hm, hm, hm. So, ähm, ich weiß, dass es kein guter Hintergrund ist, ja, ähm. So, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm. So, wie immer, koste Ansagetext, ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben tun, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, ähm, ich weiß, dass das Video ist nicht ein bisschen super lang, wie sonst immer. Ja, ich hoffe mal, dass ihr es trotzdem anschaut. Ja, ähm, ja, Kommentar könnt ihr immer schreiben, ähm, zum Beispiel, ähm, es wird irgendwann mal eine Umfrage kommen, welche Frage ihr, ähm, stellt einfach eure Frage einfach unten in die Kommentarliste, ich sammle die mal alle, und ja, und ja, wie immer könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, unter benjaminmatz.youtube.dmi.de. Da könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Jo, dann, goodbye, ciao, ciao, tschüss.